Zweite Person muss trotzdem noch zu mir, Rockknocks kommt bitte zu mir. Hier im Wald, rechts. Negativ, der Endemail Mother ist schon schneller. Alle anderen bleiben auf dem Weg. Bist du in dem Haus? In dem Haus, korrekt. Wunderbar, ich danke euch jemals. Steck, steck, steck. Steck, steck, steck. Alle mal auf dem Punkt, und wir verteidigen. Ähm, ihr habt den Fight-Manchen schon gesehen, würde ich ausprobieren. Okay, ähm, wir haben im Westen Nordwesten, ganzen Trupp Verstanden. Gehabt. Da kommt aus dem Wald. Alter, das war ja jetzt vielleicht ein bisschen eskalativ. Holy shit. Tolle Position hier, ey. Warst du ein Fink? Weil das noch nie einer gemacht hat. Ja, aber, alter, da kam jetzt auch wirklich so, wie im Kinofilm, einfach ein Squad extra nur für uns. Wäre jetzt ungefähr hier. Ja, passt. Fuck. Südlich. Ich schau nach Nordwest. Das ist ziemlich offen. Ja, aus Osten kommen sie. Nordost. Ja, was kann das denn weit? Ich weiß nicht, ich Funker bekomme, ob ich den Rallye mal neu spawnen kann. Ich will jetzt so den Rallye nochmal erneuern. Die kommen von dem Bauernhof nördlich oder nördlich. Oh, das war knapp. Oh oh. Ja, jetzt wissen wir, dass wir hier auf dem Dach sind, Obacht. Also Gegner oben, Gegner oben im Haus bei Ludwig 1196. Nordöstlich von direkt in Verschauten. Verstanden. Dreistückes Gebäude, nordöstlich. Tognox, vor euch links an der Mauer hinter dem Haus. Und dem Haus, dem Haus, dem Haus. Nebelkerzen an der Hauptstraße nördlich. Nebelkerzen, geiler Begriff, sollte man uns eigentlich auch mal angewöhnen. Und das Haus nordöstlich, das zwei Stück, die größere, ist immer noch Feind besetzt. Da kommt ein Trupp. Kommen wir gern. Wird markiert jetzt. Yo. Shit. Shit. Ich auch. Das ist jetzt ganz schlecht. Wir haben keine MSP mehr, sehe ich. Ich habe wieder Angriff. Ich glaube, wir haben geblasen. Von Süden. Ja. Aber bis dann. Ich möchte wieder da sein. Ich möchte wieder da sein. Wir laufen immer noch am mehrstöckigen Gebäude rum. Wir haben jetzt auch den Spähwagen, den feindlichen Süd, irgendwo. An der Straße. Jop. In dem Weg. Haben wir irgendwo vielleicht eine Schreizkette am Sporen? Negativ. Nicht der Sicht. Wo ist ja von der Main? Ist die Frage, solltest du das Ding auch in Italien? Nur wenn du willst, aber es bringt hier nicht viel an dem Punkt, weil das ist so eng. Mir hast ja keine guten Weiten Sicht, wo das hinstellen ist, für schon. Okay. Alright. aus Nord-Ost immer noch, massiv 1 bis 2 grob, hier steht übrigens gut da an der Karte, Südkopf aus, die wir gerade an der Karte stehen Südwest ist komplett offen, wenn sie vielleicht kommen Steht gut, aber Nord-Ost ist grad echt tief, also hier, äh, da stehen wir auch auf der Karte Südding von der Langen 9, der hat den Rotenblönen aus, da hab ich mich ja nicht in Bewegung Sie kommen aus dem Norden, aus dem Wald Wie viele sind das ungefähr? Wie viele sind das ungefähr? Nord-Ost ist massiv was los, also, zwei Trupps, die da vorne durch den Wald Ja, passt die an Das glaub ich, die noch dann geprüft haben Ja, das glaub ich so viel Die sind beide weg, also die Marker sind noch sehr weit weg Die rauchen sich da zur Hölle gerade Verstanden Da ist noch ganz schön viel Arte drin, für so'n kleines Haus Da ist noch ganz schön viel Arte drin, für so'n kleines Haus Ich passe ja auf, dass keiner reinkommt, ja? Aktuell ist gar keiner in die Straße, das ist jetzt auch in die Straße. Welche Puppe geht noch mal in den Punkt? Ab ihn. Dann halten wir weiter in den Nordosten. Kommen wir weiter aus der Scheune. Trotz wo, hörst du mich? Trotz wo? Trotz wo, direkt Kato, hörst du mich? Die sind aber noch südöstlich. Ich bin kurz, Acker. Okay, damit ist nichts zu rechnen. Vorsicht, wir sind am meisten hier. Dann geh ich in den Punkt rein, pinkt ja nix. Achtung, Anamon, das ist meine Gruppe. Wir müssen auf den Punkt, da hält uns keiner. Gruppe 2 über den Nordosten. Bitte die Hälfte uns zumindest auf den Punkt ziehen. Wir haben die anderen wieder lösen, dass wir dann wieder zurückkommen. Okay, ich kann gleich mal weiter, aber dann kommt er wieder zurück. Was ist ein Feind? Ich stelle den Punkt nicht nach 80. Südost, da ist hier zu viel los. Ich stelle den nach Nordwest. Ja. Gerne. Ja. 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 Also, der Stackhound müsste jetzt bei Utah 12 9 sein. Ja, der Bestelliger ist close am Punkt sogar. Ganzer Trupp aufgerieben im Südosten. Ich glaube, es sind alle tot. Ja, Südost. Wait, hast du da gesmogen? Nee, das sind die Gegner, aber die Gegner sind alle tot im Feld hier. Ich habe einen erwischt. Ich habe einen erwischt. Boah, da hat er keine Scheune wieder. Das ist Südost ist so weit wie ihr werdet. Okay. Der Punkt wird eingenommen. Wir sind aus Osten rein. Wir nehmen mal einfach die kleine Scheune an. Osten, Südost. Oh, jetzt hört es heiß. Die sind im Haus. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Danke. Die kommen weiter aus. Die kommen über Osten rein. Sind oben drin. Ja. Südost. Oben drin, oben drin. Danke. Rally's heiß, Rally's heiß. Okay, ist gerade alles heiß, Leute. Ja, direkt. Haus ist nicht sicher. Oben müsste noch was drin sein. Wir suchen den Rally's frei zu kämpfen. Wir suchen den Rally's frei zu kämpfen. Der ist direkt in der Ecke vom Rally. Erstes OG in der Ecke. Hinter der Tür. Rally kann sich holen. Ich bin oben, aber vorsichtig hinter der Tür sitzt. Komm mit, bitte. Ich brauche deine Spritze. Komm her. Erstes OG nicht clear. Hab den Feind vom Rally. Rally's frei. Und ich brauche hier eine Spritze. Ich brauche hier eine Spritze. Nein! Es wird ein Feind hinter dir. Ja! 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 Der ist direkt am Churchill dran. Was? Man, du hast einen Churchill hinter dir, ne? Das merkst du. Wir haben den Feindpanzer geknackt gerade. Ne, unser... Was? Geht hier ab? Oh. Ach so. Sag dem Panther... Ernsthaft. Der rechts des Panthers... Der in den der Reagiert hat, der ist komplett out of order gerade. Alter, der steht direkt neben dem. Der ist total aufgeregt. Er weiß nicht wo. Ja, was... Tringen wir denn dem teuren Panzer? Er hat ihn geschossen, was? Wie so ein kleines Kind, die das erste Mal akkaltes Eis ist. Boah, Eis wärs toll. Oh ja, jetzt sind sie leere Hümer. Warum schießt die 8-8 auf den Panther? So funktioniert das nicht. Der Panther kannst du bestand nicht mehr an. Oh, knall mal einen. Gib mal mit der 8-8 durch. Soll ich auf den Panther schießen sollen? Nein, die 8-8. Ich geh feier an. Ja, du nicht, die 8-8. Die 8-8 beschießt euch gerade. Das ist das Bescheidste überhaupt. Churchill ist vernichtet. Ich glaube Gruppe 5 ist der bei euch. Wir hatten gerade die 8-8 besetzt. Der Panther soll sich rausziehen. Wir können decken hier. Okay. Okay, 8-8 geschaut gegeben. Äh, das waren wir hier. Ja, hört sofort auf. Er wird beschossen von Infanterie. Er muss da raus. Ich hatte den Ball testen und so sind zu. Dann auch mal auf einmal auf, wenn ihr mitles nemmt. Ich hatte die 관심. Danke, du bist. Nein, bei looked. Kannst du weit her.